guten Morgen bei Evo Racing Akkutest Gens Ace 6S4400 Zeig mal bitte haben wir die Kronos, die Mid-Edition 6S4400 von Gens Ace, Speedrun, haben wir schon mal ein bisschen getestet, die laufen soweit echt gut die Akkus, ich würde sagen wir fahren jetzt mal mit dem Kronos los, einmal hatten wir den schon getestet auf dem Marktplatz, da waren wir so 88, 89, die Strecke da ist aber nicht wirklich optimal, nicht lang genug, machen wir hier nochmal einen Test, hier haben wir Platz genug, dann würde ich sagen, dann starten wir hier mal mit dem Speedrun locker sehen wir hier, da steht bei 5 kmh oder sowas, da kommen wir hoffentlich heute rüber, aber ich denke schon und wir wollen es ja nicht vormachen, der Becher ist hier nix für Speedrun, die Reifen auch da werden gleich gut planen, denke ich mal, das habe ich bei 6S schon gesehen ich würde sagen, wir haben jetzt Platz hier, wir haben Sonne um 20 Grad, das passt, ich würde sagen, geht immer rüber und dann gucken wir mal, was da geht und dann sehen wir mal, was da geht, wenn man durchzieht natürlich, wie der Hektrat zieht, ist klar richtig gut, so sehr gut, sehr gut, sehr gut, gut ? so 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 scheibenkleister alter scheibenkleister wir haben hier 97,5 wir haben hier knapp die 100 geknackt ich würde mal sagen top für 4400 verdammt gut auf jeden fall da brauchen wir auch nicht mehr testen wir haben hier knapp eine 100 an 6s das wir haben hier stock ritzlung wir haben stock hz wir haben hier stock elus doch kombo alles doch perfekt ich würde mal sagen 97,5 was bescheid ich habe Spaß gemacht wir gehen jetzt mal ein bisschen sausspielen und sehen wir zu dass man mal ein bisschen dreck in der fresse kriegen ich bedanke mich bei euch danke dominik für die aufnahmen bis demnächst ja 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 ja